Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alice im Wunderland. Nur das ist nicht im Wunderland, also das ist nicht so heiß, sondern ein bisschen anders, aber das ist jetzt ja vollkommen egal. Wir befinden uns in einer wunderbar distornen Atmosphäre und haben keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen. Das Spiel verwirrt mich ziemlich sehr, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß nur, dass ich springe und wie ich Karten werfe und das war es dann auch schon. Ja genau, man kann sich hochziehen, das Spiel ist etwas langsam aufgebaut, deswegen rede ich um so schneller, damit euch nicht langweilig wird und wir das Ganze spannend bis zum Ende durchziehen können. Und jetzt hänge ich hier so ein bisschen rum. Kann ich mich hier nicht hochziehen? Man kann sich also nicht immer rumziehen, man kann sich nur manchmal rumziehen, manchmal kann man sich auch nur umziehen und manchmal kann man nur drum rumstehen. Das Ganze ist sehr verwirrend und ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich lang muss, aber ich sammle erst mal die ganz roten Leuchtmunkte ein, bis ich dann merke, ich kann sich gar nicht einsammeln und drehe damit. Ja, das beschreibt so ungefähr den ersten Part. Wir kommen jetzt zurück im zweiten Bad, ihr seid auf der Salami gelandet. Mein Name ist Philipp und wir spielen, wie schon eben erwähnt, noch nicht mit dem richtigen Namen, McGee's Alice. American McGee's Alice. Alice's McGee's. So, halt, ne? Hier bricht gerade alles zusammen. Die Türen, die Betten, sogar die Schränke. Oh mein Gott, wie werden wir hier jeweils rauskommen? Die Lösung ist ganz einfach. Wir werden hier Treppe hoch. Wir sprinten links, wir sprinten rechts, wir werden hier springen, wir werden dort springen, wir werden überall springen. Wir wissen nur nicht genau, warum wir springen. Oh Gott, warum liegt es hier so? Das ist ja voll seltsam. Oh mein Gott, Chaos, überall Chaos, wir werden hier alles überleben. Ich habe endlich Ferien. Das ist so schön. Nach all den Jahren voller Qual, nach all den Monaten. Ohne Hoffnung. Und nach all der Arbeit, all dem Stress, all der Schule, endlich Ferien, 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 Ferien. Ohne jetzt, besser, 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 besser. Gott, ja! So, sollen wir hier irgendwas blaues Lichter an, das uns eventuell unser blaues Zeug wieder auffimmt? Und hier auch. Oder oben laufen Wachen rum und hier ist wieder was gespawnt. Was aber immer noch nichts bringt. Gott, das ist gleich gespawend, das ist einfach so. Was tat das? Was tat das? Kann ich das abwerfen, das bin ich da? Jawoll, in die Wand gehauen. Kann ich abwerfen, oder? Doch, kann ich sogar. Hm, jetzt nicht mehr. Oder neben, drei, zwei, eins. Nein, es ist tot. So, am besten den ganzen Kämpfen schon das Weg, gegen den man sich von der Ferne absnipet. Ach, schaut euch jetzt mal diese Place an. Ich weiß, da ist ein Gegner, also renne ich rum und... Drückst du da hin? Da ist er! Genau wie geplant. War, hat nicht mal einen Schaden genommen. Wahnsinn! Warte, Player, warte, Player. In der Mitte ist irgendwas. Ich weiß aber, dass da die Hölle losbrechen wird, wenn ich das nehm. Oh mein Gott! Was passiert? Alter! Ähm... Okay. Alice ist an der Rampage. Kille. Biii. So, ich würde mich nicht mehr finden, im Weg. Oh, da bildet sich ein Schafnritt, das ist das für mich, das ist ja wie mein Tabaluk, ah! Okay, und jetzt? Ich hab meine Macht verloren, nein, ich will meine Macht zurück, ich will meine Macht ich will meine Macht, ich will meine Kraft gewöhnen, Kraft, 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 ich will meine Kraft, um hier zu fangen, no way! Ich war gerade so stark, das wollen wir nicht mehr. Jetzt muss ich verorten, bis ich es wieder abgebaut habe. Und wie geht's euch, so habt ihr auch Ferien, freut euch schon darauf, dass ihr bald Ferien wieder haben werdet, oder werdet ihr nie wieder an den Ferien haben. Ah, da haut mich die Tür. Was ist das? Verrücktes Land. Nein! Wieder runter, oh Gott, die sollen wieder runter. Ah nein, ich fall schon wieder runter, oh Gott, ich glaube ich fall schon wieder runter. No, warum passiert das die ganze Zeit? Kann ich hier drauf springen? Kann ich hier drauf springen? Nein. Kann ich hier runter springen? Ja. Ah, da kommen die Steine endlich wieder zurück. Langweilig. Wir haben ein Loch reingemacht. Oh Gott, da kriegt dann eben noch eins. Ja, jetzt machen wir ein Gesicht draus. Da auch die Nase. Nein, ich kann nur zwei Löcher gleichzeitig machen. Oh, das ist zu ihm da weggegangen. Da ist doch noch eins. Ah, fuck, geht einfach zu ihm da weg. Ach! So. Jetzt kann das Puzzle losgehen. Über Tabaluga so ein bisschen, ne? Und da fliegen Türen wieder durch die Luft. Eins. Zwei. Und noch die Nase, die Nase, die Nase, die Nase. Jawohl, ich hab's reingeschafft. Nein! Zieh die nach oben, Alice! Nein! Nein! Was zur Hölle? Ach, jetzt komm schon. Vielleicht gibt's mit Karten besser. Ups, das war die falsche Taste. Jetzt noch der Mund! Von der Ferne aus. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Also wir haben hier Auge, Auge, Nase, Mund. Und... Auge, Nase. Auge, Nase, Mund. Ach, da komm's wieder. Diesmal schaff ich's. Keine Sorge. Das wird wunderbar. Das wird wirklich nicht vorherig drauf. Zack. Zack. Ich hab ein Messer. Und hab ein Messer. Und ich werde es auch benutzen. Die rutscht ein bisschen weg. So. Da haben wir hier steht. Winky Messer. Der Hintersaal. Der Hintersaal. Der Hintersaal. Der Hintersaal. Könnt das alle überspringen hier. Ich brauch nur da. Jetzt brauch ich noch da zwei. Und dann bin ich drüben. Ja, macht's hin, ne scheiß Steine. Gehen zu wollen. Ich bringe mich schon mit Stein. Warte mal. Kann man. Wahnsinn. Da sieht man, ob man so weit kommt überhaupt. Wohl noch nicht. War schon. Nein. Nein. Was zur Hölle. Ah. Zehn Minuten sind vorbei. Ich bin immer noch auf derselben Stelle. Scheiß Steine. Kommt jetzt her. Und dann macht bitte hinne. Ist doch unmöglich, Alter. Wie bin ich da runter noch gerutscht? So ein Scheiß. F. Auch ab hier. Ich bin gemessen. Ah, denen das alle sich interessiert. Enter. F. Okay, jetzt weiß ich, wie das schon. Wies. So. Nein. Alter. Aaaaah. Das verarsch ich nicht. Was soll denn der Müll? depositiert? Wies. 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 Ha Ha. Wies. So. Was passiert, wenn ich da reinwerfe? Für immer weg. Kann ich die Dinger hier absnipen? Nicht so aus. Äh, kann ich das auch hier absnipen? Wird stehen bleiben bitte ja. Jetzt kommt man auch da an die Tür. Zack. Schnell, 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 sonst geht's wieder auf. Nein, zu spät. So darf ich dann jetzt bitte rüber? Ich drück einfach gar keine Bewegungstasten, wirst du nur noch. Springen. Dann mit Springen. Kann man springen. Wann ging's doch noch, dass ich hier irgendwie auswählen konnte, dass ich da rüberspringen wollte? Ehe, geht's nicht mehr oder was? Gerade eben ging's doch noch, da hatte ich hier so Fußspritzer. Toll, das wird's mir natürlich extra schwer gemacht. Da, hier sind sie wieder. Da kann man hier nämlich so wahnsinn, ne? Da hin. Da hin. Nein! Ja! Geschafft! Ja! Endlich! Hat doch lang genug gedauert. Und alle Türen sind verschlossen! Nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein! Oh, Matt Hattock. Hallo, vorrechte Hutmacher! Alter! Nein! Stopp! Oha! Oha! Ah, was? Nein! 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 Ich muss öfter speichern. Jetzt kommt den. Das war's, wenn wir zuerst herbeigen. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Stirb! 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 Wir wollten ja sagen, was mir angeht. Keine Angst, ich weiß was mir angeht. Diese Scheiß. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Nein, wieso bin ich nicht mehr... Wieso bin ich nicht mehr... Hoppa! Weißen. Ich hab mich da wieder runtergehauen. So dran zu bekommen. Nein! Nein, nein, nein! 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 Komm, ich komm da ran! Nein! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Fickt euch! Oh, das wird ein Part, wo ich die ganze Zeit probiere, da rüber zu kommen. Freut mich und hat Spaß! Lass uns ein kleines Spiel darauf machen. Jedes Mal, wenn ich runterfalle, müsst ihr einen kurzen Trick. Ja, ja, okay, okay. Wunderschön. Also, auf die Wiese fertig los. Ich mach's nicht mit Absicht. Ich verspreche's. Ich schwör. Auf alles. Auf dich, auf mich, auf uns. Oh, dann kommen die Teile wieder. Dann kommt das Spielbeginn. Sonst kann ich auch jetzt einfach so mal runterfallen. Upsaaa! Wir müssen Kupfen drinken! Ja, 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 ja. Oh, man kann sogar die linke Maustaste gedrückt halten, dann schlägt man die ganze Zeit. Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn, Leute! Das müsst ihr sehen! Das müsst ihr sehen! Das müsst ihr sehen! Das ist krass! Ninja! Jetzt mit Anlauf gleich jetzt. So. Wahrscheinlich darf ich jetzt immer ein Laufüber haben. Hey! Ja! Hopp! So. Wahnsinn! Auf einmal funktioniert's. Zählt hier dieses Loch! Nice! Ich hab im brutalen Loch reingemacht. Wunderschön! Nein! Eins fehlt hier noch. Los! Bewegt dich! Lampe! Also. Ah! 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 Pfff! Ja, ja. Das ist klar. Ah, da waren diese scheiß Viecher! Ah, nicht! Stopp! Es wird mein Speicherpunkt Tenemos ist safe! treasured. Alter, stirb! Alter, verreckt scheiß wie ich! Oh, mein Leben! Ich bin wieder ganz voll. Und bewegen wir den Himmel! Ähm, bewegen wir nochmal den Himmel? Will den Himmel nochmal bewegen? Nein, können wir nicht. Oh. Nichts passiert. La 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 la. La la. La la. La la. Nein! Herr, Sonnerwetter aber nochmal. Was soll denn das jetzt? Kommt der Klavers? Denk ist der Arme. Der liegt hier einfach... Der liegt hier umgebracht. Ich weiß. So. Der hat auch wieder zu dem Buben zu rennen. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht haben. Weiter geht... Hier gibt es nichts zu sehen. Und wir gehen zurück. Yo. Yeah. Wahnsinn! Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Superb! Ich weiß nicht, muss ich jetzt nochmal den oberen Hebel betätigen, damit ich nochmal alle neu machen kann? Oder sind sie jetzt schon auf? Ne. Mal es jetzt nochmal zu, oder was? Was ist der da? Fuck. Weiter rein, fuck. Vielleicht muss ich den auch gar nicht neu drücken. Hoffen wir einfach mal, das Beste. Nächster Versuch. Na? Würdest du bitte den Hebel betätigen? Oh, ich muss doch nochmal den oben machen. Willst du mich verarschen? Sie läuft und läuft und läuft. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Ist gut jetzt. Natürlich. Und den letzten. Wahrscheinlich passiert wieder die falsche Reihenfolge. Ja. Äh... HEP! Nein, zu oft escaped. Zu oft escaped. Wunderschön, die Türen gehen auf. Hab ich die Melodie nicht perfekt erkannt. Und wiedergegeben. Und da erscheint ein neues Portal! Sagen rein mit uns! Ruf die Plätze! Fertig! Go, go, go! Oh, oh! Hätte hier die Güte was zu erscheinen. Jetzt hab ich nicht, dass ich die Spiele zerstört hab. Sag ich, dass ich zu früh aufgesprungen bin. Nein! Weh, die Teile sind zu. Oh! 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 Das ist wie vor Ort, warum kommt ja nichts mehr. Ach, dann halt langsam. Like a lady. Like a virgin. Links so, drei, vier. Rechts so, drei, vier. Links so, drei, vier. Rechts so, drei, vier. Rechts so, drei, vier. Doom. Doom. Na jetzt aber. Das Puzzle geht los. Welche Mysterien erwarten uns noch weit an diesem Spiel? Außerviegende Schachbretter. Ha! Alles hinter den Spiegelnreferenz. Fah! Alles in Wunderlandreferenz. Seltsam bei dem Titel. Und hopp und hopp. Und down. Get down on your knees. There she goes like a rocket star. With a body shaped like a rocket star. Das sieht sehr einfach aus. Ah, nein! Wir speichern. Und beenden an diesem dramatischen Punkt die Aufnahme. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und seht, ob ich dieses hier überleben werde. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Wuhuuu! Und da... Und da...